Wir alle kennen es, für die meisten das deutsche Rollenspiel und für noch viel mehr das Rollenspiel überhaupt. Gerade jetzt zu Weihnachten überkommt einen oft die Nostalgie und man installiert sich wieder voller Freude auf einen weiteren Durchgang, Gothic 2. Jedenfalls geht's mir so. Xardas, der unseren wunden Hintern aus den Trümmern des Gefangenenlagers im Minental holt. Lobat, der uns zum Rübenziehen verdonnert. Lothar, der uns die Regeln der Stadt zum 56. Mal erklären will. Und Vatras, der von morgens bis abends den Leuten auf dem Marktplatz die Taschen vollhaut. Ich bin zu Hause. Doch nach so vielen Durchgängen als Söldner, Magier oder Paladin, brauchte ich ein bisschen frischen Wind in meinem Lieblingsspiel. Das Zeitalter des Internets und fleißige Content-Creator haben uns Mods beschert, die genau das ermöglichen. Und so kam ich auf die Live-Edition. Da geht nochmal ein besonderer Dank an den Entwickler Unknown111 und an Marcelo, der das Spiel ins Deutsche gebracht hat, raus. Die Live-Edition ist hierbei keine Total Conversion, sondern eine Erweiterung des Originalspiels, die sowohl viele grafische als auch inhaltliche Änderungen mit sich bringt. Endlich sieht der Puff in Gorin es mal wie ein Puff aus. Endlich gibt es Marktstände mit wunderschönen plastischen Gegenständen darauf. Wow, sogar die Hafenstadt sieht immens aufgehübscht aus und ich bin jetzt super gern da. Naja, eigentlich nur noch um Brahim zu verprügeln und nach wie vor seinen Kartenverkauf zu exploiten. Selbst die Paladine haben ihre eigene Burg spendiert bekommen. Die Bauernhöfe fügen sich jetzt malerisch in die Landschaft ein. Das Kloster sieht ein bisschen heimelicher aus. Und? Ach nein, der lebt immer noch. Abseits hiervon wurden auch viele neue Gebiete hinzugefügt. Mal abgesehen davon, dass ich direkt Gothic 1-Vibes des Todes bekomme, wenn ich das erste Mal über die Ork-Ramme im Minental in die Burg gehe. What? Es gibt einen alternativen Weg ins Minental, der hinter der Stadt entlang führt. Apropos Stadt. Da haben sie auch einen neuen Hintereingang spendiert. Und es gibt riesige Waldgebiete, die jetzt verschiedene Areale miteinander verbinden. So kann man mal gemütlich hinter Xardas-Turm zur Taverne laufen. Und von Varanen gefressen werden. Nein, Spaß beiseite. Gerade wenn man etwas stärker ist, lohnt sich die Abkürzungen ungemein. Mein Liebling ist hierbei der Weg neben dem Kloster, der mir den Sprung von der Klosterbrücke erspart. Zudem wurden auch neue Bosse eingefügt und bestehende überarbeitet. So hat Raven ein paar neue Mechaniken und der untote Drache in Irdorath hat eine winzige Prozentschance, einen direkt zu töten. Geil! Manche dieser Bosse belohnen einen bei erfolgreichen Besiegen, auch mit einzigartigen Waffen, wie zum Beispiel Beowulfs Eisklinge, die Gegner einfach einfrieren kann. Allgemein wurden die Lehrmeister von Korines insoweit verändert, dass sie ihren Lehrling Boni geben, sogenannte Einstiegsboni, sobald man sich für sie entscheidet. Zum Beispiel Constantino kauft einem jetzt auch neben den Pilzen alle Arten von Heil- und Mana-Pflanzen ab. Und das zu einem höheren Preis als bei jedem anderen Händler. Neue Talente wie Feilschen und Waffen bzw. Rüstung verbessern gibt es natürlich auch noch. Wenn euch das noch nicht reicht, ich kann noch weitermachen. Es gibt viele Quality of Life Änderungen, wie eine XP und Gold Anzeige am Bildschirmrand oder der Möglichkeit, Fleisch gleich in Massen zu braten. Am besten mit der Pfanne für Lobatzfrau. Das Beste kommt allerdings noch. Es gibt jetzt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Von leicht bis Hardcore ist alles vertreten und jetzt kommt der Clou. Zwar bekommt man auf Hardcore gefühlt nur aufs Maul, allerdings gibt es hier auch nette Extra-Funktionen, wie die Verstärkung von Runen als Magier. Oder den Gothic 1-Funktionen, die euch gleich zu Beginn wählen lassen, als was ihr in Gothic 1 gespielt habt. Demnach erhaltet ihr gleich zu Beginn entsprechende Attribute und Items, so gesehen wie eine kleine Starthilfe. Allerdings will ich bei so vielen positiven Sachen natürlich auch die Schattenseiten der Mod zeigen. Hier gibt es ein paar Dinge, die man bedenken sollte, bevor man sich auf diese Mod stürzt. Der hohe Schwierigkeitsgrad Hardcore könnte schnell Frust aufkommen lassen. Deswegen würde ich Keimen empfehlen, der gerade erst wieder mit dem Spiel anfängt und sich nicht so gut auskennt, diese Mod zu installieren. Es gibt eine Möglichkeit, in Form einer Tastenbelegung Tränke Instant zu nutzen. Allerdings ist das für mich wie Cheating und alle Cheater haben Kleine. Seitdem du Torus umgelegt hast, wirst du auch immer dreister. Mana und Lebensregeneration sind zwei neue Skills, die hinzugekommen sind. Man kann diese durch die Gunst der Götter an den jeweiligen Schreien lernen, bei mir war es allerdings verbuggt, sodass ich beide Skills direkt zu Anfang hatte. Genauso fallen die Skills meiner Meinung nach etwas sehr stark aus, wodurch man viele Tränke spart. Wirklich viele Tränke. Alle neuen Inhalte, wie das Lernen der Rüstungsverbesserung, wurde auch entsprechend mit Textzeilen versehen. Allerdings sind diese komplett ohne Audio, das ist zwar beschwerend auf hohem Niveau, aber mir gilt das und Text to Speech immer gnadenlos die Immersion meines Gothic Universums. Es wurde sogar die Möglichkeit hinzugefügt, Schwarzmagier bei Xardas oder Gidenlos zu werden. Allerdings sind beide Varianten von mir persönlich nicht zu empfehlen. Ich habe beides ausprobiert und irgendwie fühlt man sich konstant fehl am Platz, wenn man keiner der drei großen Gemeinschaften angehört. Zudem, so viele Vorteile bringt es nun wirklich nicht. Die Nachteile überwiegen hier eher. Ach, habe ich euch schon erwähnt, dass sie neu eingefügten Schilde Schmutz sind? Damit könnt ihr tatsächlich auch einen Spielstand kaputt machen, also verkauft das Ding lieber gleich. Die Liveredition ist für all die geeignet, die Gothic 2 nochmal mit neuer Politur erleben wollen. Grafische Änderungen gibt es mehr als genug und auch alle fügen sich wunderbar in die Spielwelt ein. Ich hatte in keinem Punkt der Mod das Gefühl, dass Dinge jetzt komplett out of place waren oder dort nicht hingehört. Auch die neuen Bosse und Gegenstände fühlten sich nach willkommener Abwechslung und gelungener Neuerung an. Bei manchen Landstrichen hatte ich zwar das Gefühl, sie wären ein wenig leer, wie hier zu sehen. Allerdings liegen diese auch nicht auf den Hauptwegen des Spiels und man kommt mit gut Glück maximal zweimal dran vorbei. Ein bisschen schade fand ich es, dass einige Inhalte nur mit Hardcore spielbar sind. Genauso, dass viele Zauber immer noch relativ nutzlos im Spiel vor sich hin vegetieren. Ähm, Eisfail, ähm, vielleicht kommt ja noch eine Version der Mod, die sich damit beschäftigt. Abschließend muss ich sagen, dass genau diese Mod mittlerweile meine Lieblingsmod geworden ist. Besonders, da ich auch ein großer Freund von optischen Neuerungen bin. Ich hab's halt mit der Optik. Aber auch die inhaltlichen Änderungen sind genau das, was ein langjähriger Gothic-Veteran mal gebraucht hat. Frischen Wind in ein Spiel, das schon längst ein Remake verdient hätte. Ansonsten genießt ihr Mod zusammen mit dem D3D11-Renderer, habt eine schöne Weihnachtszeit und... Ich hab die größten Eier, die Lucia jemals gesehen hat.